DALI 3 kann jetzt jeder kostenlos benutzen und das hebt die KI-Bildgenerierung auf ein ganz neues Level. Von daher dürfte es ein sehr interessantes AI-Tool für viele von euch sein und deswegen schauen wir uns in diesem Video an, wie du es nutzen kannst, was möglich damit ist, auf was du achten solltest und was die Vor- und Nachteile sind gegenüber MidJourney und Co. Kommen wir erstmal zu ein paar grundlegenden Dingen, die du über DALI 3 wissen solltest und was die Vorteile gegenüber MidJourney sind. Erstmal eine ganz wichtige Sache für Leute, die DALI 3 für die Arbeit benutzen wollen bzw. für kommerzielle Projekte. Und zwar steht hier auf der offiziellen Seite von OpenAI, dass wie schon bei DALI 2 die Bilder, die du mit DALI 3 kreierst, dir gehören und du brauchst keine Erlaubnis, wenn du mit diesen Bildern Geld verdienen möchtest, wenn du diese verkaufst oder zum Beispiel Merchandise-Produkte anbietest. Ist wahrscheinlich nicht ganz so eine sichere Sache wie bei Adobe Firefly. Wisst ihr vielleicht, bei Adobe Firefly ist die KI wirklich nur trainiert mit Bildern, wo Adobe die Rechte hat und die sind sich da auch so sicher, dass sie, selbst wenn es da eine Rechtsstreitigkeit geben sollte, dann übernimmt Adobe alle Rechtskosten und steht ihr da zur Seite. Ob das bei DALI 3 auch so ist, dass die KI auch nur mit Bildern trainiert wurde, wo OpenAI die Rechte hat, ist fraglich. Aber auf jeden Fall von der Seite von OpenAI geben die das okay, die generierten Bilder auch für kommerzielle Zwecke zu benutzen. Nichtsdestotrotz können natürlich trotzdem Rechtsstreitigkeiten daraus generieren, aber das ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt zu wissen. Dann auf jeden Fall ein wichtiger Vorteil von DALI 3 gegenüber anderen AI-Bildgenerierungstools ist, dass DALI 3 sehr gut im Verstehen ist von den Eingaben, die du machst. Und zwar brauchst du keine komplizierten Prompts mehr schreiben, weil mit Journey kommt es schon darauf an, dass du deine Prompts richtig gestaltest und vielleicht auch die richtigen Parameter angibst und so weiter. Das wird mit DALI 3 nicht mehr so wichtig, denn die KI versteht sehr gut auch kleine Nuancen in der Sprache, in den Texteingaben, die du machst. Und wie es hier steht, kann deine Ideen in sehr akkurate Bilder umsetzen. Und hier an dem Bild sieht man zum Beispiel auch, wie kleine Details am Ende des Prompts sehr gut umgesetzt werden oder auch Details hier im Hintergrund. Das ist ja, wenn du ein bisschen Erfahrung hast mit Journey zum Beispiel, da ist es sehr schwierig, Details im Hintergrund umgesetzt zu bekommen. Also bei DALI 3 scheint das deutlich einfacher zu werden, dass deine Texte, auch wenn die ein bisschen länger sind und mehr in die Details gehen, dass diese Texte sich auch wirklich widerspiegeln in den Bildern, die generiert werden. Dann, wie du hier an diesem generierten Bild siehst, können auch Texte sehr gut in Bildern platziert werden. Damit haben ja andere Tools ihre Schwierigkeiten. Ideochram ist da ein Tool, was da schon sehr gut Fortschritte gemacht hat und sehr gut möglich ist. Aber auch DALI 3 kann jetzt scheinbar Texte auf Bildern platzieren. Und das bietet natürlich viele coole neue Anwendungszelle, zum Beispiel Comics oder Memes oder Poster. Und da gibt es auch wirklich schon richtig schöne Kreationen, die mit DALI 3 generiert wurden. Und scheinbar sind oft die Texte wirklich gleich beim ersten Mal richtig platziert auf den Texten. Schauen wir uns später noch genauer an. Aber bei Midjourney ist das ja so gut wie gar nicht möglich. Wie gesagt, bei Ideochram ist das auch möglich. Aber auf jeden Fall ein guter Benefit von DALI 3 gegenüber Midjourney. Dann ein weiterer Vorteil von DALI 3 gegenüber Midjourney ist, das habe ich auch schon in dem KI-News-Video vor ein paar Tagen angekündigt, dass DALI 3 direkt in ChatGBT eingebunden wird und auch schon im Bing Chat eingebunden ist. Und das hat natürlich diverse Vorteile. Zum einen hilft dir ChatGBT dann in dem Fall beim Erstellen von guten Prompts. Und zum anderen vereinfacht das natürlich enorm den Workflow, wenn du zum Beispiel erst für ein kreatives Projekt mit dem Brainstorming beginnst. Also du dir zuerst Ideen generieren lassen möchtest von ChatGBT und dann kannst du direkt ins Generieren von Bildern einsteigen und den Chatverlauf nutzen. Also die Infos, die oben zuerst generiert werden, benutzen dann für die Bilder. Und zum anderen, du kannst die Bilder dann auch verändern im Chat direkt oder dir mehr Bilder im gleichen Stil und vielleicht auch mit den gleichen Charakteren erstellen lassen. Und dadurch kannst du natürlich auch konsistent eine Story erzählen, beziehungsweise kannst Bilder nach und nach verbessern direkt im Chat. Ein weiterer Vorteil, wenn man das dann noch weiterdenkt, ist natürlich, dass es sehr interessant sein kann, wenn ChatGBT anstatt Texte Bilder als Antworten ausgibt. Also wenn du zum Beispiel irgendeine Frage textlich formulierst und sagst, ich möchte aber meine Antwort als Illustration haben. Und dann gibt dir ChatGBT als Antwort eben eine schöne Illustration, die die Erklärung vielleicht enthält, die du angefordert hast, anstatt einen Text. Und das kann natürlich für viele, vor allem visuelle Lerner, natürlich ein riesiger Nutzen sein und eine geniale Sache sein. Und auch eine weitere geniale Sache ist, das habe ich auch in dem KI News Video gezeigt, dass ChatGBT auch eine Bilderkennungsfunktion bekommt. Also dass du ein Feature bekommst, wo du Bilder hochladen kannst und ChatGBT erkennt, was auf den Bildern ist. Und das neue Feature, was auch schon bald kommen wird, jetzt im Oktober, in Kombination mit Bilder erstellen, bietet natürlich auch sehr interessante Möglichkeiten. Einfach wenn du das durchdenkst, dass ChatGBT zuerst ein Bild generieren kann. Dann kannst du dir das Bild genau beschreiben oder kannst du dem Bild noch eine Textbeschreibung vielleicht für Instagram oder eine Caption bekommen und so weiter und so fort. Und das wird natürlich auch viele Arbeitsprozesse ungemein vereinfachen und deutlich schneller machen. Also du hast jetzt gesehen, das waren jetzt drei, vier geniale Vorteile, die es bringt, wenn ein KI-Bildgenerierungstool direkt in einem KI-Chatbot eingebunden ist. Und das bietet natürlich geniale Anwendungsfälle. Aber das soll jetzt weniger das Thema in diesem Video sein. Wir schauen uns jetzt gleich konkret an, wie du jetzt schon mit DALI 3 Bilder kostenlos generieren kannst, auch wenn du keinen ChatGBT Plus hast. Aber das waren natürlich jetzt einige Vorteile von DALI 3. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile gegenüber mit Journey, aber zu denen komme ich später am Ende des Videos. Jetzt zeige ich euch zuerst mal, wie man wirklich DALI 3 Bilder generieren kann. Also solange DALI 3 noch nicht in ChatGBT eingebunden ist, beziehungsweise wenn du kein ChatGBT Plus Abo hast, dann kannst du DALI 3, siehst du hier, Powered by DALI 3, kannst du beim Bing Image Creator benutzen. Dafür gehst du einfach auf die Webseite bing.com.create, musst du hier noch ein Microsoft-Konto, musst du hier mit deinem Microsoft-Konto einloggen und dann kannst du hier deine Prompts schreiben und wenn du jetzt hier auf Create tippst, dann wird das also mit DALI 3 generiert, die Bilder. Und die zweite Möglichkeit ist, das direkt im Bing Chat zu machen, also ähnlich wie es dann bei ChatGBT auch sein wird. Und hier musst du dann einfach machen, wie ich es hier schon mal ausprobiert habe, create an image, schreibst du dann und dann machst du einen Doppelpunkt und fügst hier den eigentlichen Prompt für dein Bild ein. Und dann siehst du hier, werden vier Bilder generiert, basierend auf deinem Prompt. Und das Geniale ist, wenn du das jetzt eben hier im Bing Chat machst, ähnlich wie es dann auch bei ChatGBT sein wird, kannst du, nachdem du jetzt hier vier Bilder generiert hast, kannst du zum Beispiel weitere Änderungswünsche abgeben. Zum Beispiel habe ich hier dann hier noch geschrieben, kannst du einen Hintergrund zu dem Image generieren. Die Bilder waren cool, mit Text auch richtig integriert. Aber wenn ich jetzt hier noch einen Hintergrund haben möchte, kann ich jetzt hier eben den Befehl danach noch abgeben und dann generiert uns DALI 3 vier neue Bilder und dann siehst du hier, ist im Hintergrund ein Buchregal und so weiter platziert. Und so kann ich natürlich immer weitergehen. Also kann ich jetzt, hier werden auch Vorschläge gemacht, wie die Bilder vielleicht verändert werden können und dann kannst du mit im Chatverlauf an deinem Bild noch weiter feilen. Und was ich jetzt hier beim Bing Image Creator schon gemacht habe, sind diese Bilder generiert und dann habe ich einfach den Prompt benutzt, der hier auch auf der DALI 3 Ankündigungswebseite war. Dieses Bild ist ja bei der Ankündigung so ein bisschen umgegangen und fanden viele interessant, dass hier auch sehr kreativ so eine Illustration erstellt werden kann, halt auch mit richtigem Text. Und dann habe ich hier einfach diesen Text kopiert, diesen Prompt kopiert und hier eingefügt und du siehst, die Kreationen sind sehr ähnlich. Und hier auch bei, soweit ich das überblicken kann, überall der Text auf Anhieb richtig geschrieben. Dann habe ich das Ganze hier nochmal probiert mit Deutsch. Also habe ich den Prompt auf Deutsch eingegeben und wollte in der Sprechblase dann auch einen deutschen Text. Interessanterweise hat den Prompt verstanden. Also das ist hier eine Gurke mit einer Sprechblase und ich bin gesund. Lustigerweise hat es diesen Text hier übersetzt, dann ich bin gesund. Also kann man davon ausgehen, dass die das im Hintergrund einfach den Prompt ins Englische übersetzen und dann den englischen Prompt durch die KI laufen lassen, um das Bild zu erstellen. Und hier siehst du auch, der Text wird nicht immer richtig platziert, aber hier ist er einmal richtig. Also manchmal passieren natürlich da auch noch Fehler. Testen wir mal noch diesen Prompt aus, hier von diesem schönen Bild, was auch auf der DALI 3 Webseite platziert wurde. Fügen wir hier einfach ein und klicken auf Create und gucken, ob da Bilder rauskommen in einem ähnlichen Stil. Aktuell ist natürlich der Andrang ziemlich groß. Viele testen DALI 3 geradeaus und das ist auch komplett kostenlos hier auf dem Bing Image Creator. Von daher sind die Server gerade ein bisschen überlastet. Das kann teilweise ein bisschen länger dauern. Bei mir ging es eigentlich trotzdem relativ schnell. Und hier sind die Kreationen, vor allem dieses hier oben links, ist schon eine deutliche Ähnlichkeit zu dem hier auf jeden Fall zu sehen. Und hier ist auch der Text richtig, hier nicht. Und hier ein bisschen klein und auch nicht so schön. Aber hier siehst du auch schon einen Nachteil, du kannst hier nicht das Format ändern. Also es wird immer im 1 zu 1 Format ausgegeben. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Nachteil zu MidJourney. Also das Ganze, dass es natürlich hier einfacher wird mit dem Prompting und so weiter, hat natürlich auch Nachteile. Man kann ganz spezielle Sachen über Parameter und so weiter nicht rausgeben. Aber ja, kommt vielleicht später noch, dass man die Aspect Ratio ändern kann. Dann testen wir mal aus, ob DALI 3 beim Fotorealismus mithalten kann mit MidJourney. Und da habe ich hier auf der MidJourney Explore Page dieses schöne Bild gefunden von diesem Nutzer. Und da kopiere ich einfach mal diesen Prompt hier und füge den bei DALI 3 ein und schaue, ob ein ähnlich gutes Bild rauskommt. Und das sind jetzt die DALI 3 Ergebnisse. Also auf dem ersten Anhieb nicht ganz so gut wie bei MidJourney, bei Fotorealismus auf jeden Fall. Aber schon relativ gut und hier auch die Finger sehen relativ korrekt aus. Das habe ich jetzt hier bei MidJourney nicht gesagt, weil hier sind die Finger, hat MidJourney immer noch Probleme mit Fingern. Also da sind hier halt schon deutliche Fehler zu sehen. Aber das Bild sieht auch sehr realistisch aus. Und wie gesagt, die Finger scheint DALI 3 auch besser hinzubekommen. Da sehe ich jetzt auf Anhieb keine schwerwiegenden Fehler. Wie gesagt, ist ja bei MidJourney oder anderen AI-Bildgenerierungstools teilweise problematisch, viele Details umgesetzt zu bekommen oder auch zwei Charaktere. Deswegen habe ich jetzt hier mit DALI 3 mal diesen längeren, detaillierten Prompt mit zwei Charakteren ausprobiert. Diesen Prompt habe ich mir von ChatGPT schreiben lassen. Eine Szene mit Spider-Man und Hulk, also eine konkrete Beschreibung, wie die Stadt aussieht. Dass Spider-Man im Vordergrund ist, Hulk im Hintergrund rechts. Und dass es insgesamt eine chaotische Szene ist, finde ich es ziemlich gut umgesetzt hier. Nicht super scharf, aber insgesamt die Details sind schön umgesetzt, finde ich. Und diesen gleichen Prompt hier habe ich bei MidJourney angegeben. Und da sind diese Ergebnisse rausgekommen. Und du siehst hier eben, wurde der Prompt definitiv nicht so gut umgesetzt wie bei DALI 3. Also hier ist es so, dass hier teilweise ein Mix aus Hulk und Spider-Man im Vordergrund. Oder generell ist hier eben Hulk im Vordergrund und Spider-Man hier im Hintergrund. Nicht so, wie ich es im Prompt geschrieben habe. Und der Prompt wurde eben hier von DALI 3 definitiv besser gelesen. Also du siehst hier so ein bisschen, was ich vorhin bei den Vorteilen von DALI 3 meinte. Ist auf jeden Fall besser interpretiert, dieser Prompt hier bei DALI 3, als jetzt hier bei MidJourney. Dann wollte ich hier nochmal die Meme- und Textgenerierungsfähigkeiten von DALI 3 testen. Und habe einfach ganz kurz Elephant-Meme eingegeben. Und das sind die Ergebnisse. Also geht schon ein bisschen in die Meme-Richtung, dass der Elefant hier einen Bart nimmt. Also in einem ziemlich coolen Stil umgesetzt auf jeden Fall. Müsste man natürlich jetzt noch weiter optimieren. Und wenn man sowas halt bei MidJourney eingibt, einfach nur Elephant-Meme, kommen zwar schöne Bilder von einem Elefanten, aber bei Memes hat es seine Probleme. Oder generell kann es ja auch Texte nicht richtig generieren. Dann habe ich hier mit diesem Prompt nochmal die Textgenerierungsfähigkeiten von DALI 3 getestet. Subscribe to Neuland Pro-Schild gehalten von einem fliegenden Adler. Und hier sehen wir, ist richtig generiert der Text. Ganz coole Ergebnisse, coole Illustrationen. Also du hast jetzt glaube ich einige Vorteile gesehen, die DALI 3 hat. Dass man jetzt einfach auch mit natürlicher Sprache einfach gewünschte Bilder generieren kann. Und das ist natürlich deutlich benutzerfreundlicher als bei MidJourney, wo man schon gewisse Kenntnisse zum Prompting haben muss. Und es ist auch ein Riesenvorteil, wenn DALI, dieses KI-Bildgenerierungs-Tool, in ein KI-Chatboard wie ChatGBT oder im Bing-Chat eingebunden ist. Das hat auch einige Vorteile. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich auch MidJourney noch einige Vorteile. Und zwar hat man da jetzt zum Beispiel auch mit der Aspect-Ratio, dass man das Format ändern kann, mehr Möglichkeiten noch über die Parameter. Wenn man sich da wirklich gut mit dem Prompting auskennt, kann man sicher auch teilweise noch bessere Bilder generieren, die dann noch ein bisschen schärfer sind und so weiter und so fort als bei DALI 3. Zudem hat man in MidJourney solche nützlichen Features wie das In-Painting und Out-Painting, wo man im Bild Bereiche markieren kann, die die KI dann nochmal neu generieren soll und den Rest aber so belässt. Das ist sicher auch ein geniales Tool, um Bilder speziell dann noch zu feintunen. Das hat man bei DALI 3 noch nicht. Oder so ein nützliches Feature wie Describe bei MidJourney, dass man den Spieß quasi rumdreht, dass man zuerst ein Bild hochlädt und dann ein Prompt bekommt. Kann natürlich auch sehr nützlich sein, um mehr Bilder zu generieren, die man wirklich möchte. Das hat auch DALI 3 noch nicht. Und ja, es gibt also auch noch einige Vorteile bei MidJourney. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du dein MidJourney-Abo kündigen musst, nur weil DALI 3 draußen ist. Aber generell ist DALI 3 natürlich eine super Alternative zu MidJourney. Und du hast gesehen, wo es auf jeden Fall schon Vorteile hat. Aber auf jeden Fall sind das Konkurrenten, die so ungefähr auf einem Level sind, würde ich sagen. Und je nach Anwendungsfall hat das ein oder andere Tool die Nase vorne. Auf jeden Fall gut für uns Nutzer, dass wir mit DALI 3 jetzt für bestimmte Anwendungsfälle ein Tool haben, was uns noch einfacher Dinge realisieren lässt, um uns kreativ auszuleben, um Dinge für unsere Projekte, für unser Business zu generieren. Und ich denke, DALI 3 sollte auf jeden Fall für viele von euch sehr nützlich sein. Es kann geile Dinge machen, coole Sachen machen und deine Arbeit und deine Projekte auf jeden Fall bereichern. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen als Einstieg zu DALI 3. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.